Hallo zusammen, mich ist wieder Hotchiller und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs und so wollte ich euch heute was zeigen, wo ich schon eine ganze Weile dran bin und zwar geht es um einen bestimmten Erfolg, der ein oder andere, der meinen Stream öfter schaut, wird jetzt schon wissen, um was es geht. Ich bin nämlich seit, seit ich ja den Hordler aktiv spiele, also sprich seit BFA Release daran, auch die Achievements bei der Horde fertig zu machen und ein Horde spezifisches ist, fehlt mir da schon sehr sehr lange und zwar ist das Erkunden der Hohen See und dafür muss man Rare Missionen machen in der alten Garnison bei dem Shipyard, also sprich zwei Contents her. Das Ganze habe ich mit der Aldi schon gemacht, wird aber aus irgendwelchen Gründen nicht auf die Horde übertragen, obwohl es die komplett gleichen Missionen sind. Jetzt habe ich angefangen, hier wie gesagt so etwa von einem halben Jahr mit 1, 2 Chars die Garni aufzubauen und die Ressourcen immer zu farmen, also dieses Öl, was man halt braucht und habe das mit immer mehr Chars gemacht und am Schluss fand ich jetzt irgendwie 18 Chars, habe ich 18 Garnis aufgebaut, das Öl gesammelt und ja, 2, 3, 4 Monate durchgehend immer die Missionen losgeschickt und Öl gesammelt und mir fehlt aber nur eine einzige Mission und genau diese ist jetzt bei einem Twinkie geploppt und ich dachte mir, komm, da machst du ein Video, weil das freut mich echt, dass der nicht da ist. Ich habe alles getan, dass ich sie so hoch wie möglich kriege, die ist jetzt auf 91%. Wenn ich sie jetzt verkack, oder wenn das jetzt verkackt wird und das nochmal ein halbes Jahr dauert, bis diese scheiß Mission endlich auftaucht, dann kriege ich glaube ich einen Kollaps. Drückt mir bitte die Daumen, dass sie jetzt hier quasi erfolgreich ist und dass ich das nicht nochmal machen muss. So, wir gucken uns das jetzt an. Bitte, 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 bitte. Das ist das Falsche. Ja, ich habe es endlich. Diese Scheiße kann ich jetzt endlich sein lassen. Gott sei Dank. Endlich. Was man für diese Dings hier bekommt, ist so ein quasi Black Market Auktionshaus in der Garnision. Ob man das braucht, keine Ahnung, sei jetzt mal dahingestellt. Man kann das auch auf diversen Seiten nachgucken. Mir ging es jetzt bloß um dieses Kack Achievement, ne. Meine Fresse. Jetzt habe ich endlich unter Erweiterungsfeatures den ganzen Mist fertig und habe nur noch die aktuellen Sachen, heißt ein bisschen was im Raid und ein bisschen was im PvP zu tun. Das ist alles aktuelles Zeug und habe endlich dieses, dieses uralte Achievement-Zeug hinter mir gelassen. Gut. Mehr war es auch nicht. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ich wollte jetzt nicht warten, bis ich das nächste Mal streame, um euch das zu zeigen, sondern ich wollte jetzt wissen, was Sache ist. Und jetzt spare ich mir sehr, sehr viel Zeit, dieses Kacköl jeden Tag mit Trillionen Twinks zu farmen. Gut. Das war es. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.